Das hier ist der Bubble Blower, eine Seifenblasenmaschine für Unterwegs. Das Gadget kostet knapp 15 Euro und ist im Online-Shop von megagadgets.de erhältlich. In der Verpackung befindet sich neben dem eigentlichen Bubble Blower noch ein kleines Fläschchen mit Seifenblasenflüssigkeit. Zuerst legt man die Batterien ein. Danach füllt man die Seifenblasenflüssigkeit ein. Danach schaltet man den Bubble Blower ein. Nach kurzer Zeit beginnt der Bubble Blower Seifenblasen zu produzieren. Zum Abschluss lässt sich sagen, dass die kleine Seifenblasenmaschine ein wirklich witziges Gadget ist. Im Test funktionierte sie einwandfrei und wurde ihrem Preis von knapp 15 Euro auch gerecht. So vom